Hi, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Geheimnisses der Hohepriesterin. Schön bist du wieder dabei. Ich freue mich sehr, dass wir hier in eine weitere Serie des Geheimnisses der Hohepriesterin eintauchen dürfen. Und du weisst es vielleicht schon, manchmal lege ich hier dazu auch noch den Ring an der Hohepriesterin. Das ist hier der wunderschöne Regenbogenmondstein. Und dann lege ich jetzt gerade an und dann starten wir dann gerade mit der Deutung des Geheimnisses der Hohepriesterin. Ich habe ausgelegt, wie andere Zuschauer oder du vielleicht auch, euch für das Deckentschiedenheit, das Tarot von der Tausend und Einer Nacht. Und schauen wir doch, was das Thema ist von dieser heutigen Edition, das Geheimnis der Hohepriesterin. Ja, um was geht es denn da? Oh, es kommt der Teufel. Und der Teufel kommt schon wieder. Ich meinte, wir hätten den auch in der letzten Edition des letzten Orakels der Geheimnis der Hohepriesterin. Huiuiuiui, da geht es noch um Themen, wo du irgendwo verstrickt bist oder in einer Abhängigkeit bist. Oder in einer Unbewusstheit funktionierst. Im Schatten gibt es irgendein Thema zu lösen, das auf dich zukommt und dir vielleicht möglicherweise Angst macht, das dir ein Unwohlsein bringt. Ein unangenehmes Gefühl in deinem aktuellen Zustand. Und wir schauen mal, womit das zu tun hat. Es hat mit den Sieben der Münzen zu tun, also mit Geldfragen. Vielleicht hast du Themen in deinem Leben, die im Moment ein bisschen harzen, vielleicht Beruf und Finanzen. Themen, die ein bisschen harzen, wo du vielleicht schon sehr viel vorbereitet hast, deine Energien vielleicht auch schon ausgeteilt hast. Vielleicht bist du selbstständig, vielleicht bist du irgendwo in einem Projekt involviert oder machst du eine Weiterbildung, was auch immer. Es gibt irgendein Thema, das du in einer Warteschlaufe hängst und wo einfach noch andere Themen damit verbunden sind. Abhängigkeitsthemen, du mit dem Tiefel, wo ich sehe, wo du so ein bisschen wie eingesperrt bist möglicherweise, wo es nicht so vorwärts geht. Und wo vielleicht auch deine Freiheit nur sehr in einem geringen Mass nach aussen kann kommen. Und du weisst ja, Freiheit ist halt hierzulande in unserer Gesellschaft, aber in sehr vielen anderen Gesellschaften auch so, dass es mit Geld einhergeht. Also man kann sich gewisse Sachen nur leisten, wenn man auch gewisse finanzielle Ressourcen hat. Und gleichzeitig möchte ich dir die Kartenkombination daran erinnern, was ist wahrhaftige Freiheit? Worum geht es in deinem Leben? Ist Freiheit das, in dem du dir deine Wünsche erfüllen kannst? Natürlich hat es mit Wünsche und Sehnsucht zu tun, das sieht man hier auch aufgrund der Schiffe, die hier im Hintergrund sind. Und gleichzeitig geht es auch darum, dass du Genügsamkeit in dem, was du bist, wer du bist. Dass du dich nicht gehetzt fühlen musst, irgendwie zu den Sternen greifen zu müssen, weil die Sternen kommen automatisch zu dir. Die sieben von den Münzenkarten zeigt mir auch, es geht noch um Geduld. Es braucht noch Zeit, diese Prozesse. Dein Wachstum braucht noch Zeit, die Entfaltung braucht noch Zeit. Und du bist noch nicht vollständig erwacht in diesem Bewusstsein, wie es da noch Schattenthemen gibt, die angeschaut und aufgearbeitet werden möchten. Wo auch die freien Energiefluss möglicherweise ein bisschen binden oder hindern oder zurückhalten, vielleicht wie eine Blockade, wo dich vielleicht nicht ganz so lässt, deine Sachen am anbringen zu lassen, die vielleicht sinnvoll und notwendig wären oder wo dich optimal zeigen könnten, wie du vielleicht im Leben stehst. Das nehme ich hier sehr, sehr stark vor bei dieser Variante von diesen Ausgangsimpulsen. Es ist auch ein Thema, das immer wieder in dein Leben kommt, das ich so vornehmen kann. Und das dich wirklich jetzt ein bisschen über die Finanzen prüft und dich ein bisschen in die Knie zwingt, zu zeigen, was du hast. Und vielleicht dort auch nochmal eine spezielle gewisse Trauerarbeit oder eine Aufarbeitung oder eine Lösung von diesem Thema zu machen. Weil ich habe das Gefühl, das ist so ein Tiefauskreis-Thema, das sich hier um deine Finanzen verbunden ist mit ganz vielen anderen Sachen. Und ich habe jetzt das Gefühl, du bist deine Arbeit, deine Themen, deine Dienstleistungen am Anpreisen gegen aussen, so wie der Mann hier, der seine Fische und seine Früchte anpreise. Und die Leute sehen das, sie laufen daran vorbei, aber sie kaufen nichts. Sie kaufen es, ups, sie kaufen es nebenher beim Stand des Anderen. Und das hat mit dem zu tun, weil du noch Themen in dir drin hast, die dich klein behalten, zurück behalten und die wie geheilt und transformiert werden möchten. Es geht um deine Entwicklung von deiner eigenen Heilkraft und von deiner eigenen Grösse, die noch mehr gelebt werden möchte. Weil es hat mit dem Mann hier zu tun. Du siehst, den Mann, der ist so ehrfürchtig. Und die Ehrfurcht, das sieht man auch hier. Ich weiss nicht, mir seht es vor Schnitts, eine kleine Karte. Da steht ja auch ein kleiner Mann. Ich weiss nicht, ob du das siehst. Ja, jetzt sieht man ihn. Da steht in so einem kleinen Mann. Und der ist so vollkommen ehrfürchtig. Und der hat sich unterworfen irgendwo in seinem Leben. Und bei dir gibt es möglicherweise ein Muster oder ein Thema, wo du immer wieder in die Unterwerfung gehst, statt eigentlich dich gross zu zeigen, grosszügig zu zeigen. Und das ist ein Thema, das möchte ich heilen. Es geht auch um Grosszügigkeit von dir selber gegenüber anderen Menschen. Zeig dich grosszügig, zeig dich generös. Wo kannst du dich nicht so grosszügig zeigen, so freimütig? Und um das Thema zu heilen, kommt auch die Schattenkarte vom Tiefen auf dich zu, damit du in eine Wandlung kommst und damit du deine eigene wahre Grösse sehen kannst. Und wenn du deine eigene wahre Grösse siehst, dann ist es auch einfach, im Aussen Grösse zu zeigen. Dass die Aussenwelt dich grosszügig geworden ist. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als so ein bisschen eine Gitznase zu haben, oder? Und ich kann dir garantieren, in der Schweiz ist das normal. In der Schweiz sind wir alle fast ein bisschen dazu erzogen worden, weil sich das einfach tugendhaft zeigt, dass wir gitzig sollen sein, dass wir unser Geld sparen sollen, dass wir uns nur das gönnen, was wir wirklich auch effektiv brauchen. Und die Grössezügigkeit, wahrhaftige Grössezügigkeit, ist eine Energie, die vom Herzen kommt, vom Herzchakra. Und nicht etwas, das man mit dem Kopf erreichen kann. Und auch nicht etwas, das mit der unteren Chakra zu tun hat, weil es hat mit der Öffnung von deinem Herzzentrum zu tun. Mit der Öffnung von einer gewissen Bedingungslosigkeit und von Verschenken. Von dir zu verschenken mit dem, wer du bist, was du bist. Und auch von deinen Fähigkeiten. Und solange das Thema noch nicht gewandelt ist in dir, solange wird es immer eine gewisse Zurückhaltung geben. Die unterwerfende Energie hier, die ihren Ursprung in einem wahrscheinlich alten Urwunder findet. Die Urwunder zu finden, ist gar nicht mal so wichtig. Sie kann wichtig sein für ganz wenige, aber es ist viel wichtiger zu sehen, wie sich das im Aussen gebärdet. Und es gebärdet sich so, dass du dich nicht getraust, vollständig zu zeigen. Dass du dich hier immer unterwürfig bescheiden zeigst, statt eigentlich in der Wärme von deinem Herzen deine Grosszügigkeit sprechen zu lassen. Und das ist etwas, das in die Heilung möchte ich auch hier mit diesen Ursprungsenergien. Schauen wir mal, was dir hier dabei helfen kann, was die zunehmenden Energien sind. Und das ist wunderschön. Schau, wir haben hier das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche führt dich in einen wunderschönen See. Einen See, wo du deine Unschuld, deine Jungfräulichkeit fast schon wieder zurückbekommst. Wo du als Mensch in deiner reinsten Form, im Ausdruck deiner Göttlichkeit ganz umgarten kannst, wo du gepflegt wirst von diesen Nymphen. Und du bist doch hier die Person und das ist doch so, ich weiss nicht, was das ist, das können auch Pflanzen sein, aber es gibt für mich fast ein bisschen aus, so wie Kristallen. Und dass du dich vollkommen aufladen lassen kannst, von diesen Kristallen. Es geht also auch darum, noch mehr so vielleicht dir heilende Bäder zu gönnen, Wellness zu machen für deine Seele. Alles, was deiner Seele gut tut. Alles, was du dich in die Hegabe geben kannst. Wo du gepflegt werden kannst, wo du streit werden kannst, wo du von anderen Menschen das gepflegt werden, die Geborgenheit, das Umschmeicheltwerden bekommst. Das hilft dir hier, Selbstachtsamkeit zu bekommen. Selbstachtsamkeit, das ist wirklich etwas, was wichtig ist. Denn der Mann, der hier seine Dienstleistung anbietet, ist nicht in seiner Selbstachtsamkeit. Sonst würde er ja da nicht so runterkauern und so verschlossen in dieser Haltung sein. Und der schaut noch so kritisch und denkt sich, ah, okay, ja, der verkauft hier etwas. Aber ist der eigentlich wirklich interessiert, mir etwas zu verkaufen? Nein, es ist nicht so attraktiv und er zottelt weiter. Und das hat mit dieser Energie hier zu tun. Mit dem Typhus oder Typhuskreis, oder? Der Schattenaspekt. Und es sind die heiligen Quellen, die kristallinen Quellen, die dir eigentlich die Heilung schenken möchten. Und die zu dir kommen möchten, damit du dich vollumfänglich aufladen lassen lassen kannst. Von der göttlichen Liebe. Vollumfänglich. Vollumfänglich. Und dass du dich da auf den Thron setzen lassen kannst. Ich weiss, das ist für sehr viele, die sich so unterwerfen oder bescheiden sind. Oder die nicht gewohnt sind, anzunehmen. Und ich kann dir sagen, sehr viele Menschen sind sich das nicht gewohnt, anzunehmen. Weil wir einfach von Anfang an so fest dazu erzogen wurden, uns zurückzunehmen und anderen zu helfen. Und so geht es für dich darum, dass du lernen, anzunehmen. Und dich einfach wirklich darfst du tragen lassen lassen. Lass tragen lassen von der geistigen Welt. Lass tragen lassen von Menschen, die dir die Heilung geben können. Die dir die Heilung werden spenden, wenn du sie dann in Anspruch nimmst. Und wo auch in dir innen das Gefühl von der Grösse, von der Grösse, von der Seele, dir kann ich vermitteln, damit du eben da in den Platz kommst, der für dich wichtig ist. Und dass du dich nicht immer unterwirfst und unterjochst und untergrabst, sondern dass du eben wirklich eine Heilung erfahren kannst, die dich auf eine neuartige Weise aufrichtet. Und diese Aufrichtigkeit, die du erfahren wirst, da geht es nicht darum, um jeden Preis, dich irgendwie zu bewerben im Aussen, mit einer Aggressivität oder einfach Hauptsache zeigen wir ihm im Aussen. Sondern das ist das Aufrichten von innen her, weil du durchdrängt wirst von der göttlichen Liebe, durchdrängt wirst von der Liebe, die im Universum für dich da ist. Und dadurch auch ganz viel Selbstliebe in dir aktiviert wird, damit man dich sieht. Und die Liebe, die in dir innen aktiviert wird, führt dich automatisch auch zu dieser Person, die warmherzig ist, Herzlichkeit ausstrahlt, die sich selber selbstverständlich zeigen kann, ohne dass es dann so wie geblufft wirkt. Weil man kann ja sich dann auch so verkaufen, dass es dann so ziemlich gewollt und geblufft wirkt. Und um das geht es nicht. Es geht darum, dass du da eine Aufrichtung erfährst, dass du mit dem, was du bist, eine Aura hast, die wahnsinnig glänzt und goldig ist, die schimmert, die leuchtend ist, die einfach die Kraft der Liebe ganz und gar nach aussen trägt. Und das führt automatisch zu einer Aufrichtung von deinen Energien. Und das ist wunderschön und ist wirklich auch etwas, das in dein Leben noch mehr kommen möchte und das überhaupt nicht falsch ist. Also das ist eine wahrhaftige Aufrichtigkeit, die nicht genährt ist von Überheblichkeit und nicht genährt ist von einem Gedanken an Bluff oder auch nicht genährt ist von einem Gedanken an, ich muss jetzt besser sein als alle anderen und weiss Gott was für Marketingstrategien verfolgen. Um das geht es nicht. Es geht um Anreicherung von Liebe und das führt dann automatisch auch zu einem wahnsinnig schönen Ausdruck von dir, die noch wachsen möchte. Also das sind zunehmende Energien, die da auf dich zukommen. Wir schauen, was der Hauptimpuls ist, der im Moment für dich wirkt, was im Moment so die Hauptenergien sind, die vom Universum auf dich zukommen. Und da geht es um 10 von den Münzen. Und das Gefühl von 10 von den Münzen ist sehr ein wichtiges Gefühl, das zu dir möchte kommen. Dass du mit Menschen zusammen bist, die dir gut tun, die dich nähren, wo du eben wirklich die Geborgenheit auch kannst erfahren. Und das muss nicht deine Familie sein. Das weisst du auch. Es gibt Menschen, vielleicht auch außerhalb von der Familie, aber vielleicht auch innerhalb, selbstverständlich, das kann es natürlich auch sein, die dich in deiner tiefsten Essenz, in dem, was du bist, was dich ausmacht als Mensch, so akzeptieren und dich so annehmen mit all deiner Fehlbarkeit, mit all dem Schuldgefühl, das du möglicherweise auch in dir drin noch trägst. Und das ist ein unbewusstes Schuldgefühl, ausgelöst von dieser Urwunde, von dieser Verletzung, von dieser Erfahrung, von dieser Negativität, die dich liebhehaltet in dieser Bescheidenheit, in dieser Unterwürfigkeit, dass das heilen darf mit dem Einfluss, der zu dir kommen möchte. Und das führt dann dazu, dass du automatisch mit Menschen in Verbindung kommst, die dich nähren, die dir gut tun, die dir etwas geben können, die dich in deiner Essenz berühren und dort drin auch nicht mehr so eine Kälte spürbar ist. Bei einem Ausgangsimpulsen ist es für mich eine Kälte, eine Kühle, eine Distanz, so ein bisschen ein Überprüfen, Kritik spüre ich da raus, dass ich einfach lösen möchte und heilen möchte. Und dieser Wandel in deinem Umfeld, und das spürt überhaupt gar keine Rolle, das kann in deinem Beruf sein, das kann in deinem Privatleben sein, das kann überall sein, erfolgt primär hier durch die Heilungsenergien, durch die Heilungsenergien, die zu dir fliessen möchten, durch andere Menschen. Du darfst dich auf Händen treten fühlen. Und das ist etwas Schönes, also gönnt ihr das, gönnt ihr die Reise, dass du dich nicht mehr länger ausschliessest von dieser göttlichen Liebe, nicht mehr länger ausschliessest von dieser Gesellschaft, wo du hergehörst und wo du es auch verdient hast, wo man dich auch sieht, wo man dich als wertvolles Mitglied sieht in dieser Community, unabhängig davon, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du belesen bist oder nicht, sondern weil man dich einfach akzeptiert für das, wer du bist. Und dass da ganz eine tiefe Harmonie und ganz ein tiefer Frieden auch zu dir darf kommen, dass ein Austausch stattfindet, der einfach auch bedingungslos ist und der nicht einfach irgendwie so kritisch ist und man dich so beäugt und denkt, was machst du hier eigentlich, oder? Sondern wirklich einfach auch, der sehr liebevoll ist und der sehr, sehr wohlwollend ist, auch dir gegenüber vor allem. Wir schauen, welche Energien sind so ein bisschen abklingend, welche Energien nehmen ab in der nächsten Zeit bei dir. Und da sehe ich, dass es so ein bisschen Energien sind, die von den drei von den Kelchen herkommen. Vielleicht bist du in einer Umgebung, wo du dich so ein bisschen pseudowohl fühlst. Ich kann mich erinnern, dass diese Energie auch schon gefallen ist in einer der Orakel-Serie von dieser «1000 und einer Nacht» «Geheimnisse von der hohen Priesterin». Schau gerne auch in dieser Serie zwei in den vergangenen Videos noch. Es gibt eine Playlist, die ich extra für das angelegt habe. Und man sieht, dass sich das Muster wiederholt. Du bist möglicherweise in einer Umgebung, wo es eigentlich schön ist, wo dir auch schöne Früchte serviert werden, Goodies serviert werden, aber du fühlst dich irgendwie nicht wohl. Es hat mit dem zu tun, dass du mit Menschen zusammen bist, die einfach nicht mehr deiner Schwingung entsprechen, die einfach nicht mehr deinem Niveau entsprechen und deiner Energie entsprechen, weil deine neue Energie sich hier in diesen zehn von den Münzen wiederfindet. Und da findet ein Loslo, weil das ist eine abnähmende Energie, hier die drei von den Kelchen, da findet ein Loslo statt zu diesen neuen Energien. Und ich sehe, wie du aus diesem Bild hier rausgehst und da in diesen Bild hineingehst. Und du bist dann auch die Person hier. Und das ist einfach eine offene Gesellschaft, die offen ist für dich. Ein Menschenverbund, der offen ist für dich, der dich liebevoll annimmt, so wie du bist. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das freut mich sehr für dich, dass du diesen Weg in diese neue Community, in diesen neuen Lebensbereich auch findest. Und wirklich dir auch bewusst wirst, auch wenn dir da so Goodies gereicht werden usw. Früchte, Teller, was auch immer. Du weisst selber, was stellvertretend für das darfst du stehen. Dass das dich einfach nicht mehr nährt. Es nährt einfach nicht mehr. Es bringt nicht mehr den gewünschten Effekt, wie das vielleicht noch früher der Fall war. Und du weisst eigentlich noch, das ist so ein bisschen wie eine Zeit, die du hier abhauen musst, wo es einfach nie mehr hinführen muss. Und es führt dich weiter. Also es ist noch eine Frage der Zeit, das kann ich dir jetzt auch sagen, wenn ich die Karte hier sehe. Und nimm es einfach noch so gut geht an, das, was du hier lernst. Und versuch es in deinem Herzen, als Elektion zu sehen, für dein Wachstum. Und dass du dort an diesem Platz sehr viel lernen durften, für dein Wachstum, für dein Weiterkommen. Auch wenn die People hier nicht mehr deine People sind, nicht mehr deine Energie widerspiegeln, ist genau auch der Abschluss an diesem Ort sehr, sehr wichtig, weil du gerade auch die Unterschiedlichkeit feststellst, dass du dich verändert hast. Weil vielleicht nicht vor allzu langer Zeit war das eine Energie, die dich gar nicht so gestört hat. Und du bist mit dem gleichgültiger, neutraler Umgang oder hast vielleicht einfach auch mitgemacht. Und jetzt stimmt das einfach nicht mehr, weil du dich verändert hast. Und wenn es dir hier schwerfällt, an diesem Ort, dann kann ich dir sagen, das hat es mit dem zu tun, weil hier Schattenaspekte gelöst werden, weil du da in einen Heilungsprozess gelangst. Und du dürfst das ruhig noch ein bisschen weiter unterstützen, hier mit dem Ass der Kelche, also indem du dir auch die Heilungsenergie gönnst, dir auch immer wieder einfach loslassen. Balsam geben. Und such dir den Balsam, wo auch immer du den brauchst und von wem auch immer dir den geben darf werden, dass du dich da so dürfst, auf Händen treten zu fühlen. Weil es geht wirklich darum, um eine Neugeburt von einem Identitätsanteil, das spüre ich ganz fest da drinnen, das dem Nächsten sich schon zeigen möchte und das sich jetzt schon bereits ist am zeigen. Und auch mit dem Aufgeben von diesem Muster, dass du dich immer wieder in die Unterwürfigkeit, in die Abhängigkeiten hineinbegibst, mit Menschen, die an deiner Seite sind. Egal mit wem. Das spürt gar keine Rolle. Ich spüre einfach, dass hier überall Abhängigkeiten rum sind. Und die Abhängigkeiten werden vielleicht auch bewusst gewählt, aus einem Komfort heraus, weil vielleicht Angst auch zu gross wäre, aus diesen Abhängigkeiten die zu befreien und vollkommen nichts Neuland zu betreten. Obwohl das Potenzial da genauso auch für dich drinnen liegt. Wir haben ein Schiff im Hintergrund. Und das Schiff, sagt mir auch, es wäre für dich vielleicht auch angezeigt, eine Situation gänzlich zu verlassen und wirklich ein vollkommen neues Territoire zu betreten. Das kann auch mit dem Ausland zu tun haben. Das heisst, das kann auch mit dem sein, dass du sagst, du brichst alle Zelte ab und du gehst ins Ausland. Wo auch immer das muss sein, weil das Schiff steht für mich auch für Fernreisen. Das ist so ein deutliches Hinweis, wo auch aus dem Le Normand kommen kann. Und einfach ein Neuanfang. Ein Neuanfang, der aber sich langsam manifestiert, weil auch die Schiffsenergien eher langsam sind. Das ist nicht so wie andere Energien, die schnell gehen, so wie die Stäbe. Wir haben hier Münzenergien, die sind immer langsam unterwegs. Und so ist der Prozess auch bei dir. Langsam, dafür gründlich. Und das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Wir schauen mal, was in deinem Unterbewusstsein, die trägende Energie ist, woher diese Energie dich führen möchte. Und wow, da kommt die Sonne. Wow. Wirklich ein Sonnenaufgang. Ein Sonnenaufgang für dich. Hey, du bist dran, einen neuen Lebensabschnitt zu beschreiten. Freue dich. Freue dich über das. Da kommt ganz, ganz viel Neues auf dich zu. Ich habe wirklich das Gefühl, es geht darum, dass du vielleicht auch einen Umzug planst. Das könnte auch mit dem zu tun haben. Dass du nicht mehr anders herangehst. Dass du, wie gesagt, all das Territoire verlagst und ein neues Leben aufkommst. Wo auch immer das sein muss. Wo auch immer das sein muss. Das entscheidest du. Und das ist sehr wahrscheinlich nicht dort, in der jüngsten Umgebung, in der du dich im Moment befindest. Für das gibt es einfach zu viel Hinweisen, dass es da wie etwas ganz, ganz anderes wird sein, das auf dich zukommen möchte. Und das, was auf dich zukommen möchte, es gibt ganz viel Hoffnung für dich. Und es gibt ganz, 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 ganz viel Potenzial für dich. Und das Potenzial, das sich da zeigt, mit dem Neuanfang, mit dieser neuen Identität, die sich möchte gebären, hat sehr stark da mit dem Ass von der Kelche zu tun. Also, dass du da in eine vollkommene, neue Identität wirst du reinschlüpfen, wirst du reinkommen, durch das, dass auch Heilungsenergien aktiviert werden, durch das, dass du dich unterrichten lässt, in dem, was es braucht, dass du die innere Aufrichtung erfahren kannst. Und da die alten Zöpfe kannst du abschneiden, die alten Muster von der Unterjochung von dieser Person kannst du transformieren. Und dann, wow, hier wirklich den Neuanfang kannst du beschreiten mit der Sonne. Und das ist absolut etwas vollkommen Positives. Es wird vollkommen positiv für dich verlaufen. Und es sind ja die Energien von deinem Unterbewusstsein, folglich, sie sind viel, viel stärker als alle anderen Energien, die dein Seelenschiff so weit in eine Richtung bringen, wo es wirklich gut kann für dich und möchte gut kommen für dich. Und das ist wirklich etwas wunderschönes. Also, freu dich über den Sonnenaufgang, den du hier möchtest. Freu dich über das, was hier für dich möchte kommen. Egal was, es wird gut kommen. Und bist mutig. Bist mutig, deine Komfortzone zu verlassen. Bist mutig, wirklich einen Neuanfang zu wagen. Und bist mutig, abgestandene Gewässer zu verlassen, die nur noch stinken und dampfen, hier mit dem Teufel. Und darum wirklich einfach auch dem Licht der Welt entgegen zu blicken, das wirklich das Beste für dich möchte, dir entgegen zu bringen. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Wow. Schöne Energien. Freut mich sehr für dich. Auch wenn im Moment, im Moment, das hier noch nicht so gut aussieht, wenn das hier noch mal stinken und schwefeln, was auch immer, es kommt dann schon gut. Es braucht einfach noch Zeit. aber, zu einem Unterbewusstsein ist der Kapitän an deinem Ruder, an deinem Seelenschiff. Und von dem her wird es schon schauen, dass es in die richtige Richtung geht. Wir schauen, was in deinem Bewusstsein dort noch abgeht. Bis dann, ja, es ist mit Arbeit verbunden. Wir haben acht von den Münzen. Es ist mit Arbeit verbunden. Du musst hier noch etwas an diesen Themen arbeiten. Es braucht auch noch ein Gewahr sein. Es ist auch noch so, dass du dich wirklich noch etwas in dunklen Räumen aufhaltest. Das Licht ist dir schon zugegen. Und du hast auch Menschen, gute Meister, die wir hier sehen, an deiner Seite, die dir ganz genau sagen, wie du hier mit dieser heissen Glut umgehen musst. Die dir ganz genau sagen, welchen Weg du musst gehen, damit du dich eben da aus diesen Sachen kannst befreien. Und ich kann dir sagen, es geht darum, einen gänzlichen Neuanfang zu machen. Nicht nur eine Halbpatzung, weil wir haben die Sonne da unten. Also, kleine Verschiebungen werden nichts bringen in deinem Leben. Es braucht einen ganz, ganz grossen Wandel. Einen ganz grossen Wandel. Und das ist mit Arbeit verbunden. Arbeit an dir selber. Und es wird sich aber dann auch auszahlen. Und es wird sich dann auszahlen, weil du den eben nicht mehr da, wie der Trauerklasse, so dich zeigst. Mit dieser unterwürfigen Haltung. Ja, darfst du vielleicht schon etwas kaufen, wenn du Lust hast. Aber nur, wenn du Lust hast, sondern dass du ins Strahlen kommst. Weil dein Seelenfeuer da neu entflammt wird. Und weil du das selber wirst neu entflammen. Und weil du unterrichtet wirst, in dem, wie du das wieder entflammen kannst. Und dementsprechend gibt es eine Aufrichtung von deiner Person. Die Aufrichtung von deiner Person zeigt sich da, dadurch, dass du vollkommen all das Licht, die gesamte Sonnenstrahlung, für dich wirst du einfallen können. Und da, dich neu wirst du gebären. Und heb dir Mut dazu, einen grossen Schritt zu machen. Und nicht nur einen Baby-Schritt, sondern einen grossen Schritt, einen Neuen Anfang zu initialisieren, wo es das eben wirklich auch braucht. Und wage wirklich den Schritt aus dieser Komfortzone heraus. Wir alle haben die Möglichkeit, so viel aus unserem Leben zu machen. Und wir machen so wenig daraus. Und wage das. Wage das Manöver. Weil es wird etwas sein, das vollkommen positiv wird sein. Also, es ist Zeit, alte Zelle abzubrechen. Und die zu lösen. Die zu lösen von allen abhängigen Strukturen, die dir genau 0,0 werden bringen. Genau 0,0. Und wo dich immer wieder unter Jochen, immer wieder in die gleiche Abhängigkeit hineinführen, weil du den Mut nicht hast, eine Veränderung herbeizuführen. Und mit der Sonne kommt eine gewaltige Energie. Eine gewaltige Energie, die dir auch den Mut geben kann, wenn du bereit bist, Ja zu diesem Prozess zu sagen. Also sag Ja. Wir schauen, woher das führt mit diesen Energien. Und wir sehen hier, Wow, es kommt noch das Ass der Münzen. Also, es ist ein vollkommen bedingungsloses Jo. Es wird sich vollkommen auszahlen. Du wirst in deine Freiheit kommen. Du wirst in deine Schönheit kommen. Du wirst in deine Grösse kommen. Du hast ein Palast da hinten dran. Also gib dich nicht mit weniger zufrieden, als du eigentlich wirklich bekommst. Das ist doch kein Zustand da. Ja, klar. Das ist ein Kompromiss. Ein elendiger Kompromiss. Und du wirst viel Energie und viel Kraft aufwenden und ausüben können, damit du hier in dieser Situation bleibst. Oder nein, dir besteht ein Neuanfang, wie man ihn nur im Bilderbuch sehen kann. Oh, wie mit der Sonne. Also, geh es an. Und du wirst das allein vollziehen. Du wirst auf dich allein zurückgeführt werden. Und das ist gut so, weil die Energie, dass du und dass es um dich geht, die zeigt sich da schon. Und das ist eine Pose, die du vielleicht nicht gerne siehst, hier mit dieser Dame, die sich da so zeigt. Du bist dir nicht gewohnt, dass man dich so auf Hände treibt und dass du dich noch so massbrüsten machst. Aber insgeheim ist es ein grosser Wunsch. Und insgeheim bist du vielleicht auch neidisch auf die Personen, die das können. Weil die Menschen haben das vielleicht schon geschafft in ihrem Leben, aber du noch nicht. Also lass los. Lass los von diesen stinkenden Gewässern, von diesen schwefusäure, verseuchten Momente mit dem Teufel. Und öffne dich wirklich für etwas Grossartiges. Für dich selber, für dein eigenes Potenzial. Und geh dich weg allein. Also es ist nichts, was du noch machen kannst mit 300 anderen Leuten, sondern du wirst es allein manifestieren können. Und dadurch, dass du zu dir selber findest, wirst du automatisch zu einer neuen Gesellschaft und zu einem neuen Umfeld finden, wo dir das wird bringen, was du brauchst. Und wo dich akzeptieren wird, so wie du bist. Ohne, dass du etwas dafür musst, du oder eine Leistung erbringen oder sonst irgendetwas. Da bist du vollkommen Herrin, Herr von einer vollkommen neuen Welt. Von deiner Welt. Und das ist wunderschön. Schauen wir, wird das Geheimnis von dieser hohen Priesterin enthüllt oder nicht? Wenn es eine Karte vom grossen Arkana ist, dann wird es enthüllt. Und wenn nicht, dann geht die Reise mit dieser Kartenenergie von 1001 Nachttaro noch weiter in dieser Serie. Wir schauen mal, ob sie enthüllt wird oder nicht. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, meine Liebe, meine Liebe, ich wünsche dir ganz, ganz viel Energie, ganz viel Geduld und viel, viel Mut auf deinem Weg. Bis zum nächsten Mal. Hab's gut. Tschüss. Tschüss.